Vollformat oder APS-C? Was sind die Vor- und Nachteile? Darum geht es in diesem Video. Bleibt dran, gleich geht es weiter. Ich bin Lars vom Kanal, Lars fotografieren und filmt. Und bevor es losgeht, vergiss bitte nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine weitere Folge verpasst. Grundsätzlich kannst du mit beiden Kameraarten schöne Fotos machen. Das hängt überhaupt erstmal gar nicht von der verwendeten Technik, Kameramarke und so weiter ab. Das geht auch mit dem Smartphone. Wichtig ist einfach, dass du einen guten Blick hast, einen Sinn fürs Motiv, Kenntnisse vom Bildaufbau. Dazu habe ich auch schon Videos auf diesem Kanal gemacht und auch Artikel geschrieben. Die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Heißt im Umkehrschluss also leider auch, dass weder das eine noch das andere, also weder APS-C noch Vollformat, aus dir automatisch einen guten Fotograf macht. Trotzdem gibt es jetzt ein paar Punkte, die einmal für Vollformat und einmal für APS-C sprechen, deren Kenntnis bei der Auswahl doch sehr hilfreich sind. Nun grundsätzlich mal muss man unterscheiden, beide sind natürlich jetzt Systemkameras, also mit Wechselobjektiven. Hier ist ein bisschen ein Objektiv mit einer längeren Brennweite drauf, hier ist ein Objektiv mit nicht ganz so langer Brennweite drauf. Deshalb kann man die Kamera, die Objektivlänge hier nicht vergleichen, aber man sieht, ein wichtiger Unterschied, die APS-C Kamera ist kleiner. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video auch. Weniger wuchtig, sind also ein paar Gramm weniger, die man in der Regel mit sich rumschleift. Ich habe hier Sony Kameras, ich blende dir die Vergleichswerte auch mal ein, aber das ist natürlich ein bisschen spezifisch auf die jeweilige Marke. Ein wichtiger Unterschied, eine Vollformat Kamera hat einen größeren Sensor, das ist klar, der APS-C-Sensor ist kleiner. Und bei gleicher Bildauflösung, das sind dann die Pixel, entsprechend größer, können mehr Licht aufnehmen, das heißt, weniger Bildrauschen. Ich kann also bei relativ hohen ISO-Werten hiermit mit einer Vollformat Kamera Bilder machen, die deutlich weniger rauschen wie eine APS-C Kamera. Das ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Grund, weil ich gerne so in Dämmerung, Abendstunden fotografiere und mich rauschen sehr stört. Aber Bildrauschen ist nicht per se schlecht und muss einem vielleicht auch nicht so stören, wie es jetzt mich persönlich stört. Insofern muss man da nicht gleich auf Vollformat gehen. Aber ich war lange bei APS-C und freue mich jetzt sehr, dass ich jetzt endlich den Umstieg auf Vollformat gemacht habe. Die Vollformat Kamera hat bei gleichem Bildausschnitt eine geringere Tiefenschärfe als die APS-C Kamera. Dazu muss man die Bouquet-Regeln mal anschauen. Da habe ich auch einen Artikel auf las-schlager.com, der Website hier zu diesem Kanal. Das liegt daran, dass man bei Vollformat eine andere Brennweite wählt für den gleichen Bildausschnitt wie bei APS-C. Der APS-C-Sensor ist ja kleiner, der Vollformat-Sensor größer. Das heißt, bei der gleichen Brennweite habe ich dann einen größeren Ausschnitt auf meinem Bild. Das ist letztlich nichts anderes. Wir beschneiden eigentlich den Bildinhalt. Und jetzt ist es eben so, dass ich quasi dann eine größere Brennweite drauf habe und bei größerer Brennweite ist die Tiefenschärfe geringer. Das heißt, der Bereich hinter dem Punkt, wo ich scharf stelle, der ist nicht so weit noch scharf abgebildet wie bei APS-C. Wenn ich aber zum Beispiel ein Porträt oder sowas mache, irgendwas im Vordergrund, dann mille ich ja oft, dass im Hintergrund das Ganze verschwimmt. Dann ist das eigentlich sogar ein Vorteil. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, ich habe jetzt hier zweimal Objektive mit Blende 4. Die Tiefenschärfe ist ja auch noch von der Blende abhängig. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Blende 4 eine bessere Unschärfe, ein Bouquet. Man nennt das ja Bouquet, wenn der Hintergrund unscharf ist, um das Motiv im Vordergrund freizustellen. Ich habe hier quasi ein besseres Motiv wie hier beim gleichen Bildausschnitt. Müsste dann unter Umständen vielleicht sogar hier ein Objektiv haben bei APS-C mit einer geringeren Anfangsblende, was dann entsprechend dann auch wieder ein bisschen mehr kostet. Also wir merken uns, geringere Tiefenschärfe bei Vollformat. Gerade schon angesprochen, ich habe quasi so eine scheinbare Brennweitenverlängerung bei APS-C gegenüber Vollformat. Das liegt daran, dass ich hier einen größeren Sensor habe. Mein Sensor ist bei Vollformat größer. Dann habe ich das entsprechende Objektiv vorn dran gestellt und quasi der kleinere APS-C-Sensor nimmt den kleineren Bereich auf. Das ist das Gleiche, wie wenn ich später in der Bildbearbeitung das ausschneide. Das finde ich jetzt keinen so wichtigen Vorteil, denn wenn ich entsprechende Bildauflösung habe, kann ich das wie gesagt nachteilig in der Bildbearbeitung machen. Aber für manche ist das ein Argument, dass sie sagen, mein 200 mm entspricht eigentlich an der APS-C fast ungefähr einem 300 mm Objektiv und ich komme dann näher ans Objekt dran. Meine Sony A7 Vollformat-Kamera, die habe ich sehr günstig in einem Angebot bekommen. Also realer Handel, nicht irgendwie Graumarkt oder Grauimport oder so, gibt es ja auch noch. Da bin ich sehr happy mit. Das waren 100.000 Franken mit KIT-Objektiv. Bei der Alpha 6000 muss man allerdings sagen, mit dem KIT-Objektiv, was allerdings finde ich nicht sehr viel taugt, ist man mittlerweile bei 500 Euro. Das ist schon noch ein sehr großer Unterschied. Ich habe also vom realen Preis her, ist es im Moment Stand Oktober 2021, sind wir hier bei 500 Euro und hier so bei 1100 Euro. Das ist schon mal ein Haufen Geld. Und jetzt ist es ja so, dass wir quasi unsere Systemkamera ja auch noch in der Regel erweitern durch zusätzliche Objektive und da muss man sagen, sind die Objektive für APS-C halt doch günstiger wie für Vollformat. So, wenn wir jetzt also ein Fazit ziehen wollen, ob man jetzt Vollformat oder APS-C kaufen will, dann lässt sich das so pauschal nicht beantworten. Das ist, finde ich, ein Hauptkriterium ist, was habe ich an Budget, was will ich dafür ausgeben, was ist mir das Hobby wert. Und wenn du sehr viel Budget hast, würde ich persönlich wirklich so Vollformat raten. Ich finde es einfach toll, dass die Bilder weniger rauschen. Aber man muss natürlich sagen, mit APS-C kannst du auch sehr, sehr schöne Bilder machen. Du kannst eigentlich praktisch alles auch machen, was du mit der anderen machen kannst. Einzig und allein, dass eben gerade so Nachtfotografien oder Fotografien bei schlechtem Licht mehr Bildrauschen haben werden. Und das musst du letzten Endes selber entscheiden, ob dir das wert ist. Beim späteren Objektivkauf würde ich mittlerweile sagen, ich habe mir einige Objektive zugelegt für APS-C, habe es aber viele davon wieder verkauft, würde ich vielleicht ein bisschen länger sparen und überlegen, ob ich mir ein Objektiv hole, was für Vollformat geeignet ist, wenn ich im Hinterkopf habe, später doch vielleicht mal auf Vollformat zu wechseln. Wenn das nicht geht, ist es aber in der Regel nicht so schlimm. So nach meiner Erfahrung kann man seinen Fotografie-Krempel relativ gut wieder verkaufen. Wenn es gut gepflegt ist, hat man ordentliche Wiederverkaufspreise. Insofern, wenn du dich jetzt erstmal komplett für APS-C entscheidest, der Weg zurück ist ja irgendwo da. Man muss halt vielleicht dann das eine oder andere wieder verkaufen. Ich habe zum Beispiel auch mit Nikon APS-C angefangen, habe mich dann bei Sony Wola gefühlt und habe das ganze Nikon-Zeugs verkauft, habe noch einen recht guten Preis dafür bekommen und das war jetzt nicht so dramatisch. Generell ist es halt kein so ganz günstiges Hobby, wenn man einfach anfangen will, dann ist APS-C halt vielleicht wirklich doch die bessere Variante. Das KIT-Objektiv ist zwar nicht so super toll bei der 6000 und seinen Nachfolgemodellen, also dieses 1650 ist es glaube ich, aber man kann dann mit einem zusätzlichen Objektiv dadurch schnell sehr viel rausholen und auch mit dem KIT-Objektiv schon tolle Fotos schießen. Du kannst allerdings bei APS-C auch sehr, sehr viel Geld ausgeben, weil jetzt die neue Nachfolger ab, die Sony 6600, die kostet ja auch einen Haufen Geld, dann kriegst du schon eigentlich eine ältere Vollformat-Kamera dafür. Meine persönliche Empfehlung geht ganz klar zu Vollformat, aber ich sehe die Nachteile und du kannst auch mit einer anderen Kamera, auch wenn es nicht APS-C ist, auch Smartphone, kannst du tolle Fotos schießen. Schau dir einfach auch die Videos an zur Bildkomposition, zu Tipps für Fotografieren mit dem Smartphone. Letzten Endes brauchst du nicht unbedingt so teuer einzusteigen. Kannst auch mal, wenn du schon ein halbwegs aktuelles Smartphone hast, damit mal versuchen, ein bisschen bessere Fotoszenen zu bekommen und du wirst erstaunt sein, wenn du da dran bleibst, was da wirklich rauskommt. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Spaß beim Fotografieren. Ich freue mich über deine Kommentare und natürlich auch über ein Like. Vergiss das Abo nicht und die Glocke zu drücken, damit du keine weitere Folge verpasst. Viel Spaß beim Fotografieren. Bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.